In dieser Trainingseinheit Prozessfähigkeitsanalyse nicht normal verteilter Prozessdaten befinden wir uns mit dem Qualitätsteam der Smartboard AG im letzten Prozessschritt des Druckgussprozesses zur Herstellung der Skateboardachsen. Um die vom Kunden geforderten Festigkeitswerte der Skateboardachsen zu erzielen, werden die Skateboardachsen am Ende des Druckgussprozesses noch einer Wärmebehandlung unterzogen. Hierfür werden die Skateboardachsen in einem Durchlaufofen auf eine bestimmte Temperatur gebracht und anschließend in einem Wasserbad auf Raumtemperatur schnell abgekühlt. Während des schnellen Abkühlprozesses können hierbei unerwünschte Formänderungen an den Skateboardachsen entstehen, die bis zu einem gewissen Grad vom Kunden noch akzeptiert werden und daher gemäß den Kundenanforderungen einen bestimmten Wert nicht überschreiten dürfen. Im Kern dieser Trainingseinheit wird es für uns nun darum gehen, herauszufinden, ob der Wärmebehandlungsprozess bezogen auf die zulässige maximale Formänderung eine geforderte Prozessperformance PPK von mindestens 1,33 besitzt. Jedoch werden wir schon zu Beginn der Trainingseinheit feststellen, dass unsere Daten im vorliegenden Stichproben-Datensatz nicht den Gesetzen der Normalverteilung folgen. Das zentrale Thema für uns in dieser Trainingseinheit wird es daher sein, zunächst einmal herauszuarbeiten, welchen Verteilungsgesetzen diese nicht normal verteilte Datenlandschaft am ehesten folgt. Ein zentrales Thema für uns in dieser Trainingseinheit wird es daher sein, zunächst einmal herauszuarbeiten, welchen Verteilungsgesetzen unsere nicht normal verteilten Daten am ehesten folgt. In diesem Zusammenhang werden wir daher die sehr hilfreiche Funktion Identifikation der Verteilung kennenlernen, um eine vorliegende, nicht normal verteilte Datenlandschaft durch eine entsprechende sogenannte Datentransformation dennoch anhand der bereits bekannten Leistungskennzahlen beurteilen zu können. Wir werden in diesem Zusammenhang auch alle die in der Praxis relevanten Transformationsfunktionen kennenlernen und auch verstehen, nach welcher Systematik und nach welchen Kriterien die passende Transformationsfunktion für unsere Praxisaufgabe bestimmt werden kann. Im Rahmen unserer Prozessfähigkeitsanalyse der nicht normal verteilten Prozessdaten werden wir dann erleben, wie das Qualitätsteam die nützliche und effiziente Option Capability Sixpack einsetzt, um effizient in einem Arbeitsschritt neben der eigentlichen Prozessfähigkeitsanalyse auch vorab den Test auf Normalverteilung nach Andersen-Darling und auch die Stabilitätsanalyse mit den entsprechenden Regelkarten auswertet. So dass wir mit den vorliegenden Ergebnissen, die auf Basis der erforderlich gewordenen Datentransformation vorliegen, nun auch wieder anhand von klassischen Leistungskennzahlen beurteilen können, ob die vom Kunden geforderte Prozessperformance in diesem Fall von mindestens 1,33 erreicht wird und wie hoch die entsprechende Fehlleistung bzw. die Prozessausbeute auf Basis der vorliegende Prozessperformance ist. Am Ende unseres Praxisszenarios angekommen, fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Trainingseinheit abschließend kurz zusammen. Wir hatten es in diesem Fall mit einer Prozessfähigkeitsanalyse zu tun, basierend auf nicht normal verteilten Prozessdaten. Für unsere Prozessfähigkeitsanalyse lag hierzu ein Datensatz, bestehend aus mehreren Stichproben-Teilgruppen vor. Mithilfe der Arbeitsblattinformation und der deskriptiven Statistik konnten wir uns sehr schnell einen Überblick sowohl über die Struktur unseres Arbeitsblattes wie auch über die Lage- und Streuparameter unseres Datensatzes verschaffen. Mithilfe der Boxplot-Darstellung konnten wir uns die Lage- und Streuparameter auch nochmal visuell abbilden. Und da wir im Rahmen des Testes auf Normalverteilung festgestellt haben, dass unsere Datenlandschaft nicht den Gesetzen der Normalverteilung folgt, haben wir die nützliche Funktion Identifikation der Verteilung kennengelernt, mit der es möglich ist, eine vorliegende, nicht normal verteilte Datenlandschaft durch eine entsprechende Datentransformation in eine theoretische, normal verteilte Datenlandschaft zu überführen. In unserem Datensatz hat sich hierfür die Johnson-Transformation mit einem p-Wert über 0,05 als sehr gut angeboten und konnten somit auf Basis der Johnson-Transformation unsere ursprüngliche, nicht normal verteilte Datenlandschaft in eine normal verteilte Datenlandschaft überführen und so auch alle gängigen statistischen Gesetze der Normalverteilung anwenden und insbesondere die bereits bewährten Fähigkeitskennzahlen ansetzen. Und haben in diesem Zusammenhang auch die effiziente Option Capability Sixpack angewendet, um neben unserer Fähigkeitsanalyse auch gleichzeitig die erforderliche Stabilitätsanalyse mit Hilfe der zugehörigen Regelkarten durchführen zu können. und konnten so schlussendlich feststellen, dass die kleinste potenzielle Prozessperformance PPK bei 1,45 liegt und somit wünschenswerterweise über der geforderten Mindestgrenze von 1,33 und wir daher unseren Wärmebehandlungsprozess als fähig im Sinne der Norm einstufen konnten. Final speichern wir noch unsere Analyseergebnisse als Projekt ab, indem wir unter Projekt speichern, unserem Projekt den Namen Härteverzug vergeben, um ohne Datenverlust unser Projekt zu schließen. Untertitelung des ZDF, 2020